hier ist das ich lasse einfach mal laufen weil das ist ich finde dieses intro mega mäßig geil es hat sich geändert so ein bisschen ab der hälfte des spiels ein bisschen später ändert sich das und ihr werdet ihr zeuge des neuen intros das ist echt cool kann ich eben nur empfehlen das spiel generell ist ein sehr gutes spiel gefällt mir sehr aber ich muss vorher einmal ok drücken quelloon kann dann sch�� die auf der norte pass auf den Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich werde mal kurz einen ganz, ganz kurzen Abriss geben, damit ihr jetzt den nächsten paar Sachen folgen könnt. Also im Endeffekt ist es so, auf der Welt, auf der die Truppe gelebt hat, bis vor kurzem, bevor sie mit dem Raumschiff losgeflogen sind, das ist eben gerade passiert, gab es fünf Kontinente mit fünf Lords, die Renner sind, Renner, also in dem Fall Außerirdische, die das Dennerland, von dem wir kommen. Der Planet, wo die Denner leben, unterjocht haben, versklavt haben und sowohl Shion hier und der Gute hier, Dorlim, sind beides jeweils Renner. Und er hier war einer der Lords und sie ist, ja, geflohen. Hier, Olle Kalle Fritz, den ich hier spiele, der Alphen, ist übrigens ein mittlerweile 300 Jahre alter Mann, der hier in dem Raumschiff mal nach Denner geflogen ist und da halt 300 Jahre gepennt hat oder so. Die Lords sind alle weg, alle besiegt oder haben sich, wie im Fall von Doha Lim uns angeschlossen und, äh, trotz alledem, gibt's da halt eben die Gefahr aus dem All. Wir werden sie jetzt sein für alle mal vernichten, aber höchstwahrscheinlich wird die gute Shion hier sterben, wenn das passiert. Ja, das hat dann mit ganz vielen anderen Fremdworten zu tun, die zu kompliziert werden, zu erklären, aber jetzt wisst ihr so grob. Nein, ich habe nur gedacht, wie es seit sieben Jahren gewesen ist, das ist alles. Du meinst, seitdem du ein Lord geworden bist und verliefst Lenigus? Ich glaube, sogar jemand wie du kann nach Hause kommen, nicht wahr? Ich bin so stark an die Sentimentalität wie jeder andere. Sag mir, doch, du auch hast eine Geschichte mit Lenigus. Eine Traumatische, no weniger. Diese trip wird wahrscheinlich sein, dass du mit ein paar schwierigen Emotionen bist. Das macht dich nicht? Also, es ist ein Ort, wo ich die Leben von vielen Menschen genommen habe. Ich würde mich lieben, wenn ich gesagt habe, dass ich nicht so gedacht habe. Aber ich kann nicht weitergehen, dass ich immer noch nicht weitergehen kann. Das Vergangen ist, wie es ist. Es gibt keine Veränderung. Aber das Zukunft ist, was wir machen. Ich verstehe. Du, Halim? Entschuldigung, ich bin falsch, dass ich mich verletzt habe. Wir haben mehr interessanten Worte zu beantworten. Kommt und spreche mit mir, wenn du nachher schauen, wenn du nachher schauen kannst. Jetzt habe ich natürlich gleich das allererstes gemacht. Das heißt, wir sprechen ihn gleich wieder an, weil wir sind hier fertig. Die Ohren habe ich ihr verpasst. Aber die Astralarten sind inhalt, nicht wahr? Also, die Positionen der Menschen sind festgelegt. Sie können mit dem richtigen Training sein, und es gibt auch andere Faktoren zu spielen. Aber ja, das ist eigentlich das Geist. Als Ergebnis, die Familie, die aus den Lernern und ihren Kontenzen haben, haben eine sehr gute Influenz, und diese Liniener sind als Noblichkeit. Die Astralarten sind nur die Astralarten, die in der Unterklasse sind. Sie haben die Recht zu descendieren, sogar wenn sie wollen. Und trotzdem, sogar der höchste Rung auf der Renan-Ladder ist, dass er ein Danan ist. Denkst du das an, da unten. Danke für die Warnung. Als Herr, Dohalim sollte doch ziemlich hoch in der Pekking-Order sein, richtig? Was für dich, Xiong? Komm schon, du hast sie kennengelernt mit Astral-Arten. Du musst wirklich fragen? Hm, fair point. Auf Art-Arten alleine, du bist richtig. Ich hätte schon sitzen schön. Aber du bist vergessen, meine Thorns. Hört mir gerade ein, also für euch zur Verständnis, wenn sie immer von ihren Dorn redet, das ist ein Fluch, der seit Kindheit auf ihr liegt, sie kann keiner anfassen. Sie hat so eine Dorn in sich drin, die brechen jetzt noch aus, die unterdrückt sie immer so ein bisschen, die halt eben unzeitlich auch bei Boss-Gegner dargestellt haben. Ähm... Wo sie komplett die Kontrolle verloren hat. Es ist halt so, kein Mensch kann sie anfassen. Und so hat sie und Alphen sich kennengelernt, weil Alphen konnte... Konnte? Äh... Kein Schmerz spüren. Und somit konnte er sie anfassen. Und somit haben die so ein bisschen eine Bindung zueinander aufgebaut. Das ist aber mittlerweile auch vorbei. Mittlerweile... Schmerzt ihnen auch alles mögliche. Das ist auch der Grund, warum man das Flammen schwer tragen kann. Sie kann auch noch heilen. Und er hat sich immer die Finger verbrannt und sie hat ihn danach geheilt. So haben wir alle möglichen Gegner besiegt. Und das war so kurz zusammenzufassen. Ist ja alles ein bisschen komplexer und komplizierter, aber wisst ja wenigstens worum es geht. Ist doch egal, das ist gut. Es ist refreshing zu sein, mit jemandem sagen, was sie denken. Ist ja nicht mehr kompliziert. Geht. Wieso? 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 Die Buch in Leinegath? Wieso? Wiese. Leinegath ist zu viel geeignopt Australier bei ihnen. Wieso ist es auch sie langingelt, ohne Beste ziegen. Mancheidee es auch kaputt Trow sich mit den Renes der Einzelmener getantly ergangen. Wieso die renes da wird dieijung, umre 성fahren, auf 140 000 kost. Die großeelähne war, muss man sehr lang Chile verstehen. Nur, wenn ich bei swinging Thrones für deine minde. Wens ré buddy hat mich genug. We're about to land. The descent could be a little bumpy, so brace yourselves. If there are clues about your thorns out there, Xion, we'll find them. There's no one here. I wasn't expecting a welcome mat, but still... Lenigus' infrastructure is largely automated. Besides, people won't be expecting incoming traffic while the Crown Contest is still underway. Do you think anyone realizes that we're here? We may not have received a royal welcome, but I doubt our entrance went unnoticed. Don't let your guard down. I really hope we don't have to fight anybody while we're here. So now what? We've come all this way on a hunch that this red woman is here, right? And if we're lucky, the Renis Alma, too. Any idea where we should start looking? There is an area of the city that is accessible only to the Sovereigns, known as the Forbidden Zone. That seems as good a place as any for us to start. Forbidden? What are they hiding? I don't know. Hence my desire to find out. Fortunately, we just so happen to have a Sovereign in our midst. In any case, changing the shape of a huge structure such as Lenigus would have required an immense source of power. Then you think that source might have been the Renis Alma? Precisely. Alphen said that he remembered the Renis Alma being used in the Spirit Channeling Ceremony three centuries ago. Whatever the ceremony's purpose, if preparations are underway for it to be held once more, then the Renis Alma might be in the same place as last time, possibly together with the Red Woman. Hiding something of that worth in the residential quarters would only court trouble. In which case... It stands to reason we should be looking somewhere in one way of our family. Indeed. But it's been over 300 years since I was made a Sovereign. You can't seriously think I'll be able to waltz right into the place after all this time. There's only one way to find out. If there's even a chance you can get us in, I say we give it a shot. Xion's right. Who knows? We might even find a clue to her thorns while we're at it. All right. It's not like we're swimming in Leeds, so let's try to track down the forbidden zone. So einfach ist das. So, dann, äh, willkommen. Ich hab's jetzt nicht so schnell mir merken können. Bei den Arbeitnehmern freut natürlich mich ganz besonders. Und der Rest auch hier. Ey, äh, äh, äh. Äh. So begrüßt man sich hier. Das hat sich so in den letzten Wochen und Monaten... Äh. Ja. Angeeignet, ne? Roswitha Groh, sowas. So. Alle sind wieder zurück. Ü, ü, äh, 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 äh. Beyond that wall lies a city full of renans. A capital city where Xion and Dohalim used to live, no less. Who knows what we'll find on the other side. Ah, cool. Ich kann... Also trotz alledem zurückreisen. Kann ich hier auch Schnellreise machen? Aber es scheint auch... Jungs wurden neben Aufgabe neu dazu gekommen zu sein. Also brauche ich auch nicht zurückreisen. Aber ich kann's. Das ist schon mal cool. Soweit, so gut. So, jetzt müssen wir nochmal gucken hier. Technik, zack, zack, zack. Ah, jetzt stimmt da oben. Anzeige. So. Oh, hier gibt's was zu quatschen. Thinking about what could be lurking out here is giving you the heebie-jeebies. For such a loud mouse, you sure can be a worry ward at times. Oh, I'm sorry. How stupid of me for wanting us to stay safe. Would you two children stop squabbling? Or do you want everyone to know we're here? So, mehr gibt's hier nicht, ne? Ah, gut. Also was natürlich ist, aber auf allen Ballentails-Off-Spielen ist extrem viel Gelaber. Gelaber wirklich viel. Sehr viel. Sehr, sehr viel. So, da sind wir in Lennigis angekommen. Sieht auch ein bisschen komisch und kaputt aus. What in the world? What could have caused this? When Lennigis changed shape, it must have had an effect on the interior, too. Maybe when they sent the wedge down to Dana? But they wouldn't move around the places where people live. These are their homes, right? I would think the citizens themselves didn't have much say in the matter. Either way, locating the Forbidden Zone just became that much trickier. Dohalim? Is that you? Avakir, I'm glad to see you're well. So it is you! But why are you here? Shouldn't you be down on Dana, participating in the Crown Contest? And these people! So you haven't heard what happened on Dana, then? Heard what? Someone you know? An old friend. Hey, Dohalim! Don't tell me you've started keeping company with... They're with me. More importantly, what's happened here? Uh, I'm really not sure. The city's foundations began to shift without warning, and now everything looks like this. We're all waiting for the Sovereign to tell us what's happening, but so far... Avakir, listen to me. We're looking for the Forbidden Zone. Do you have any idea where we might find it? The Forbidden Zone? What business could you possibly have there? Trust me. The less you know, the better. You're just the same as ever. I wish I could help, but what with the changed topography, I can barely locate my own home. Let alone the Forbidden Zone. Very well. It looks like we'll have to find the way there ourselves. Have you seen Faria yet? No. No. I see. Well, nothing much has changed with her. If anything, she's probably even more... I can well imagine. Why did you come back? You know it can only result in pain for you both. I've no doubt of that. You really are the same as ever. Fine. I understand. Just don't say I didn't warn you. And take care of yourself. Okay, Doe? So who's Faria? Law? If what Avakir said is true, it would seem the people of Lenegas are being kept in the dark about what's happening down on Dana. They seem to be just as clueless about what's going on up here in their own world. Despite the fact that it's actually here that the Wedge originally came from. We need more information. Let's talk to the citizens, see what we can find out. While we're at it, we can ask them about the Red Woman, too. And don't forget about finding the way to the forbidden zone, either. Let's leave the talking to Xion. We can't have a bunch of Danons poking their nose around. Good idea. I think that's for the best. I shall assist. You sure? Being a lord on Lenegas has its advantages. Right. Then we'll leave it to you, too. Also, noch mehr quatschen. Also, das ist gerade eine ganz ekelhafte Zeit, weil ich glaube, das ist ungefähr seit der letzten Zeit. In der letzten Stunde so, dass sie nur quatschen. Also, auch unten auf den noch, äh, auf dem Weg zum Raumschiff und beim Raumschiff und alles umdrehen. Quatschen, 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 quatschen. Also, gefühlt in-in-game-Zeit, drei Tage lang sind wir nur am quatschen. Ich will dir mal wieder irgendjemanden... ...maul zu brei schlagen. Ah, ja. Hallöchen. Quatschen wir mal mit dir. Oh, dear mei. What an unspeakable mess this has all become. Just look at the state of our city. Even the Zoogles have stopped heeding our commands. Whatever did we do to deserve this? You really have no clue what might have caused this? Would that I have. Alas, there was no warning, no prior decree. His Highness must have deemed it unnecessary for us to know. We have no choice but to grin and bear it. But do my eyes deceive me? Could I really be standing in the presence of his lordship, Dohalim of the House Ilcharis? I believe he was on Dana. Your eyes do not deceive you. It is I, one and the same. I have returned to fulfill a special duty. The details of which I cannot divulge. As your lordship wishes, first Lanagas mutates beyond recognition. Now this unexpected visit? The Sovereign's plans are inscrutable indeed. The Ilcharis House has produced a great many lords over the centuries. I shall be praying for your victory in the latest crown contest. Your good wishes do me an honor. Yeah, like I said, also... Im Endeffekt geht's darum, dass man als Sklave beginnt, die Welt befreien will. Die Versklavten der Freiheit wünsche will, dementsprechend sich in diesem Kampf um die Krone, um das, wovon geredet wird, wo fünf Lordschaften sich dementsprechend bekämpfen, einmischt. Ja, es gibt halt eben ein großes anderes und das ist jetzt auch noch ein Rätsel für mich. Krass, man, das ist aber auch neu. Haben wir die Taste gedrückt? So, was ich nicht will, ich will hier zu diesem Ausrufezeichen. Ach, hier. Kann man helfen, kann man heilen, gibt's meistens sowas cooles. Und am anderen weise ist es mit sehr vielen Kämpfen verbunden. In einigen Jahren habe ich noch die derartmächtige Heilungarzt gesehen. Tiefsten Dank für eure müheneinhalte Frau, wie mir zu helfen. Es gibt Obst Parfait-Rezept. Mmh, lecker schmecker. Everything will be okay now. Ich weiß die Basis des Heilungsarztes, aber meine Skills sind in Bekämpfung. Also, ich mag das Spiel sehr gerne. Es ist halt gerade eine sehr, ähm, langatmige Stelle hier. Aber man erfährt natürlich viel Hintergrundinformationen, Story. Aber wie gesagt, viel, viel Gequatsche ist in diesem Spiel. Alter, ich bin voll an zwei Sternen vorbeigelaufen. Ist ja gar nicht. Ich muss ja nicht alle ansprechen. Joyce, es ist ein Suzie. Du siehst ein bisschen verloren. Hm? Oh, ja. Ich kann nicht, dass ich meinen Weg nach Hause finden kann, ist das alles. Ich war gerade, mein umteintes Versuch auf eine neue Route zu machen. Ich hoffte, dass ich diesen Weg auch selbst gehen kann. Die Situation ist ein wirkliches Problem. Ich habe gedacht, dass ich in diesen Ecken verbreitete. Ich darf nicht hier zu lange bleiben, though. Ein höherer Kast kann nur über diese Parten so lange liegen, bevor ich meine Willkommen stehe. Ich wollte es, aber vielleicht werde ich das so weitergehen. Du meinst, dass du eine andere Route kennengelernt hast? Lord Doha-Lehm-El-Kharis! Aber wie? Als ich hörte, bist du in Dana, in der Krone-Kontest. Ja, strange, nicht wahr? Wenn du eine andere Route kennengelernt hast, würden wir uns sagen. Aber natürlich. Bitte, forgive mich. Es ist eine Walle, die vorbeigte hier ist, mit einem Entrance in es. Ich dachte, vielleicht wäre es ein Passageway zwischen den verschiedenen Korten. Aber ich habe keine Art von wissen, für sicher. Es ist wert, auf jeden Fall zu investigieren. Ich werde nachher und assessieren die Situation. In der Zeit, warte mir hier. Wenn es sicher ist, ich komme und werde dich wissen. So, hier war dann ein anderes. Oh, wer da vorne. Meine Fresse, fährt vorbei. Ey, hier muss es sein. Oh, weia. Ihr Lordship. Oh, was ein großartiger Honour. Es ist endlich zu treffen. Ich bin in Dana, während der letzte Krone-Kontest, auch. Alas, wenn der Contender, die ich mitgebracht habe, nicht zu klinken, habe ich zurückgebracht. Ich habe gesehen, die Deaths von so vielen Schläten. Ich bin in der Zeit, aber wir schauen, eine Frau, die all in red. Hast du gesehen, jemand von dieser Description? All red, eh? Nein, ich kann nicht sagen, dass ich jemanden so erinnert. Ich dachte, sie würde etwas aussehen, auch. Ja. Das ist auch eine ganz interessante Sache. So, die quatschen jetzt von mir. Oh. Sie haben nicht gehört, die News von der Krone-Kontest, auch. Du denkst, dass diese Info einfach so schnell finden, ist es hier nicht so gut. Es ist immer so, wie das? Nicht so, wie das. Das würde also zeigen, dass etwas zu verbrechen die Wahrheit. Dass Lenikus ist unter einem bestimmten Kontrolle. Given alles, was passiert in der Stadt, die Leute hier hier sehen, wunderschönlich gut mit dem alles. Ja. Das eine Mann, sogar gesagt, Zügel hätte es nicht zu hören. Wenn das stimmt, diese Leute sind in große Probleme. Alles, was hier passiert ist, ist an der Sovereignen Willen. Es ist die Art der Menschen, die Menschen haben sich verbrechen. Seine Hoffnung ist tief. Nichts passiert, von einer Grund. Für sie, es ist alles Teil der Sovereignen's Grand Plan. Der Sovereignen's Plan. Es ist eine Sache, ich noch nicht sicher. Aber wer ist diese Person, über Lenigus? Der Sovereign, natürlich. Er regelt von Renna, während er über Rene und Lenigus beherrscht. Nichts, ohne die Lorde oder jemanden in der Mitte doing his dirty work? Nichts Renna zumindest der same size als Dana? Das ist eine ziemlich große Dominion für eine Person zu regeln. Ich hätte gedacht, dass Leneigus alleine wäre schwierig genug. Die Punkte Sie machen sind, aber ich schweige, ich habe nie gedacht, dass ich es nicht viel gedacht. Hier, die Sovereignen's total authority ist als natural als night turning to day. Come to think of it, ich weiß nichts von der Natur von wie Renna selbst ist. Shion, haben Sie ever been... Nein, forgive mich. Haben Sie met oder crossed paths mit oder sogar gehört von jemanden die tatsächlich gemacht zu der Homeland? Nein, ich habe. Neither habe ich. In welchen Fall, ich würde imagine... Aber nein, sicher nicht. kann es wirklich sein, dass kein Bürger von Leneigus da nie Hold up, was du wirst, Doheline? Assuming was ich glaube, ist, es möglich, dass niemand von Leneigus auf die reale Rennen und selbst Niemand aber der Sovereignen, das ist. Aber was mit trade und kommunikation? Es muss sein, zurück und zurück, sicherlich. Nicht, wenn der Sovereignen seine Wille auf Leneigus single-handel ist. Es könnte sein, eine Aber ich dachte, du sagst, dass der Sovereign ist all den Weg auf Renna. Wenn das so ist, kann er wirklich direkt über Lenigus regeln von so weit entfernt? Was ist, wenn etwas zu passieren in der Stadt, wie jetzt? Ich beginne zu fragen, was dieser Sovereign sogar ist. Alphen sagte, er wurde in die Rolle geholfen, richtig? Just vor der Ceremonie. Aber Sovereign ist auch der Titel gegeben für den Allmighty Renan Ruler. Also, welcher ist er? Wer gewinnt den Kronen Ruler, erinnerts den Kronen von seinem oder seiner Prädecesor, bevor er sich der Ruler über alle Renna und Lenigus. Daher, dieser Person ist bekannt als der Sovereign. Doch es scheint, dass der Ruler aktuell ist, dass sich der Ruler aufhörtert. Wie hat Vol'Ron in all das Faktoren gehalten? At dieser Stelle, ich nicht mehr weiß, was ich glauben. Drei Jahre altes Jahre, ich wurde der Sovereign hier auf Lenigus. Nein, ich war nur für mich. Ich bin, Dannin. 300 Jahre später, wir crossen paths mit Vol'ron, die auch die Sovereign's Crest haben. Das ist nicht das einzige, was wir haben in common. Wir beide wurden Sovereign ohne die Krone zu gewinnen. Du denkst, Vol'ron wurde Sovereign für das gleiche Grund? Weil dieser Ceremonie? Ich kann nicht sagen, aber es klingt wie es. Immer schön, Flüssigkeit nachkippen, Kinaß. Es ist eine neue Ceremonie mit Vol'ron in its center. Das ist das, was da all diese spannende Aktivität hier ist? Warte mal. Du denkst nicht, Vol'ron und die Red Woman arbeiten zusammen, hast du? Die Ceremonie kann nicht weitergehen ohne die Renes Alma. Die gleiche, die die Red Woman stole. Es gibt etwas anderes, die Ceremonie braucht. Eine Maiden. Und wenn es da noch eine andere, außerhalb von mir ist. Fragen, Fragen, und noch mehr Fragen. Ones, die es scheint, werden wir unantworten. Bis wir können die Sovereign's Identität erstellen. Wenn die Forbidden Zone wirklich ist off-limits für alle, aber die Sovereign, das scheint so gut ein Ort zu beginnen. Für die Sache von liberieren Dana, auch. Dann ist es entschieden. Das ist, wo wir gehen müssen. Okay, das ist, glaube ich, ganz schön extrem verwirrend, weil es ist auch für mich extrem verwirrend. Also, die haben, wenn man so denkt, ich weiß nicht, so 35 Stunden, würde ich mal sagen, Spielzeit. Da denkt man so in dem Spiel. Sowas mag ich extrem gerne. Dass man jetzt so Richtung Ende kommt. Und dann hat man so den letzten krassen Bosskampf. Und dann drehte sich auf einmal alles extrem um. Es wurde auch alles friedlich und alles schön. Aber hätte eben diese komische rote Frau erschienen, klaute dieses Rennes einmal, von dem die immer reden. Das ist das, was man die ganze Zeit erschaffen will. Riesengroße Fragen entstanden. Und dann gab es so Backflashs, wo alle, die nicht Renea sind, also Cheon und Doherlim, alle anderen haben immer bei den Lords, die man bekämpft hat, diese rote Frau immer gesehen. Aber die war nie da. Also, wir haben es ja gespielt, da war nie eine rote Frau. Aber auf einmal glauben alle, dass es so ist. Das ist extrem krass. Und das macht, das finde ich, also sowas triggert mich. Das finde ich extrem geil. Und jetzt merkt er ja, es ist alles komplett durcheinander. Und eigentlich quatschen sie nur. Und ja, ist vielleicht nicht der beste Weg gewesen, nach dem Rattenspiel auf Tales of Arise umzuschwenken, während wir hier wirklich nicht mal mehr einen einzigen Gegner bekämpfen und eigentlich nur quatschen. Und unten ist schon wieder R1 leuchtet auf. Und man hat insgesamt über 300 Dialoge. Und da gibt es auch eine Trophäe für, wenn man 300 schafft. Und deswegen werde ich die auch alle immer machen. Und deswegen gehen wir jetzt, bevor wir uns einen Schritt weiter bewegen, erstmal in den nächsten Dialog und gucken mal, was die so zu bequatschen haben. Ich glaube, das heißt dann auch die Trophäe, irgendwas mit Quatschen. Ich mag's. Das ist... Oh, sie steht... Was... Oh, was... Ah, konnte gar nicht so schnell lesen. Halt, aber wir wollen kurz rüber in den Chat wechseln. Das fand ich gerade sehr interessant. Was soll denn hier hin? Hier. Hab dich vor ein paar Wochen durch den Sinn und mit Quatschen 2 gefunden. Hast mir bei vielen Sidequiz sehr geholfen. Fand dich vom ersten Moment an sympathisch. Oh, du solltest die... Niko, auch gleich. Zeig, dass du guten Geschmack hast. T85, genau. So ist das. Sehr geil, sehr geil. Freut mich, freut mich. Ja, ja, das geht hier vielen so. Mal gucken, was hier auch noch ist. Ich freue mich hier auch auf das Endgame jetzt demnächst dann. So, also wie gesagt, guck mal, ob wir uns mal gequatschen haben. Ich habe nicht gedacht, dass Renan's ihre eigene Kind, auch. Und zwar, wunschlich, keine von ihnen zu glauben. Am ich der einzige, der so schrecklich findet? Es ist die Art, die Dinge immer sind, also niemand denkt, um es zu fragen. Du hast Erfahrung in diesem Bereich selbst, nicht wahr? Unquestioniert die Beziehung von deinem Selbstwert. Ja, das klingt genau so. Auch so, die Qualität der Leben hier ist viel höher als in einer Danon-City, die wir besucht haben. Ich dachte, dass es nicht möglich war, eine Ideal-Sociität ohne Geld zu bauen. Aber ich denke, dass es nicht immer bedeutet, dass die Leute rechtlich sind. Mehr zu dem Punkt. Nicht ein einziger Bürger hat sich sogar von der rote Frau gehört. Was, wenn sie nicht hier ist? Was, wenn es so ist, dass wir in dem falschen Ort entweder schauen? Es ist noch zu früh, dass ich nichts sagen kann. Alles, was wir wissen wissen, könnte sie sich inbauen und nicht bemerken. Ich sage, wir halten die Verwaltung, bis wir alle Abenteuerung haben. So, und da seht ihr, da geht gleich das nächste Gespräch hinterher. Und der läuft aber auch... Guck mal, der läuft, wie der hier läuft hier vorne. Woher zu kommt. Boah, Alter, hat der voll die dicken Balls, Alter. Oder sich bei Brasilien geschnitten, kann auch sein. Ich sage, Duhalim. 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 Wir müssen da oben rauf und da sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Das hier sind Opfer, keine Gegner. Das ist ein Special Attack. Also coole Attacken gibt es hier. Das wollte ich gar nicht machen. Das war's. Das war's. Das war's. Sehr. Ich glaube, das heißt, alle Gegner, bevor der Bosskampf kommt. Jetzt muss ich aber hier natürlich nicht ausruhen. Das sollte man vorher tun. Dann können wir ja gleich mal hier das neue Gericht gucken, ob das was bringt. So, was haben wir denn gekriegt? Wir hatten unten Gemüse... Gemüse-Pafé oder irgendwie sowas, ne? Obst-Pafé war's. Erhöht-Elementar-Angriff. Könnt man machen. Könnt man machen. Aber das kann ich hier nicht machen. Fischstecken, ich hab keinen Königsfisch. Dann machen wir das mal. Haben wir noch nie gemacht. Oh, check mal was frei. Ist das so? Was ist das so großartig? Was ist das so großartig? Bitte nicht mich in das. Es ist immer schön, zu essen etwas so gut. Ich kann nicht glauben, dass ich es eigentlich alles für mich selbst bekomme. Jeder kleine Züge macht mich so glücklich. Aber ist das Parfait gonna cost you quite a lot more than your regular ice cream choice? Das ist all die mehr Grund für mich zu genießen. Hmm, so gut. Pudel ist es. Die schmeckt nicht gut. Sehr gut. So, ähm... Leider kommt jetzt noch ein Gespräch und das muss ich jetzt auch tun. Weil das sind hier Bindungsgespräche. So, ich werde jetzt einmal mit Dohalim sprechen, aber mit dem ich am wenigsten gesprochen habe. Dohalim. Hier, wenn ich noch ein paar Zeit verhänge? Ich wollte dir etwas fragen. Ich bin alle Ehrungen. Wie viel Kontakt hast du mit den anderen Lorden im Tag? Ich sah nur unsere Worte mit ihnen auf ein paar Mal. Nicht, dass ich besonders künstlich auf das viel. Almadria macht es so, wie die zwei von Ihnen hatten eine Art Geschichte zusammen. Sie war so, mit all den Lords, nicht nur ich. Sie war immer interessiert in wer sie könnte, wer hat für ihre eigenen Züge. Having gesagt, sie war nicht so brazen, wenn wir noch in Leningas waren. In einer Weise, sie war auch eine Vizenz der Krone Contest. Almadria? Eine Vizenz? Für einen Rennon, es gibt keine größere Honne in der Leben, als zu sein, als Lord zu sein. Immer schön, Flüssigkeit nachkippen, Kinders. Alle! Eine bessere Bindung zu Dora-Lim, perfekt so. So, ganz unten war ich schon, da habe ich alles... Ich war ja schon überall hier. So, also ich gehe stark davon aus, das ist hier ein optionaler Boss. Ähm... Und wie gesagt, beim ersten Versuch, das ist auch schon ein paar Versuche her. Ich habe jetzt schon ein paar neue Waffen geschmiedet, bessere Ausrüstungsgegenstände. Bin im Level ein bisschen mehr gestiegen. Vielleicht wird es jetzt was, vielleicht wird es aber auch nichts. Ich habe keine Ahnung. Ist es, glaube ich, ein Geist oder irgendwie sowas oder ein Drache? Ich weiß nicht ganz genau, ist es ein riesengroßes Vieh und man muss vorher oder öfter mit den kleinen Viechern kämpfen. Mal gucken. Mal gucken. Gut, äh... Spiel speichert, aber ich speichere trotzdem nochmal selber. So, da seht ihr hier, ich habe jetzt das Runterspielzeit 51, 38, ja. Und seit gefühlt zwei Stunden nur gequatscht. Turm des Windgeistes, gut, es ist ein Geist, wusste ich doch. Aber die sind auch ganz schön... Falsche Attacke gemacht, egal, war gut. Sieht vielleicht alles ein bisschen verwirrend aus, aber es hat alles Sinn. Mehr oder weniger. Manchmal verliere ich auch den Überblick, aber nicht immer. Oh, fuck, 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 fuck Das war gut, so wo ist er denn? Prozellersilf Ganz schöner Spaß Spakou, Spakou Das ist ein bisschen Was? RUNFOYER 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 Alle noch am Leben? WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR